Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 von bald 2000 Leute, 1939 Leute, das sind also die weniger 40% der globalen Zoll, bis wir gestern, die am Programm von der Jugendgarantie wären. Und da gucken wir, wie viele von denen, die also die Feiermänner in Russisch sind, an denen, wo aufgezollt sind, sind die, die abgehalten sind, für die wir eigentlich nicht können, wo wir aber müssen die Formen, so nicht nachher mal, weil sie irgendwo in der Landschaft zum Deal zumindest, dass sie dann nicht unbedingt an einem Emploi sind, was tun die auch freierkriegt. Von denen 1939 waren 1406 Juncker, das sind also 73% von denen, die Feiermänner in Russisch sind, die eine Offredequalität kriegt haben. Was ist eine Offredequalität? Das ist natürlich ein Emploi, das ist die beste Offredequalität, das ist eine Masur für das Emploi, das ist der Juncker, geht dann nach dem Prozess, das ist das nicht ein definitiver Emploi, oder es kann aber auch ein Apprentissage geben, oder es kann helfen, dass man die Jungen dazu bringen, um zurückzukommen zu können. Weil doch, hier haben Sie ein Registrier das. Also 73% von denen, die Feiermänner in Russisch sind, das ist also ein bisschen mehr als 20, die haben eine Offredequalität. Hier haben Sie, und das gestehen ich gerne an, haben mehr als Feiermänner gebracht. Weil etwa ein bisschen weniger als 60% von denen Feiermänner kriegt, und ein Teil, wo sie gängig bis sechs Mainz. Ihr, Ma, Martin, in der Parcours, hat Ihnen vieles auf irgendeine Offredequalität zu bringen. Und das ist natürlich, das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit den Jugendlichen, die, ob sie bereit sind für ein Lebensmarkt, ob sie bereit sind für ihre Bezirk und Schule, haben sie da, brauche ich mehr für Feiermengen für das zu erreichen. Nun, soll ich noch eine letzte Chiffre sagen? Ja, der letzte Chiffre ist, wie viele von diesen Jungen, die Feiermengen, haben ein Arbeitsmarkt. 41% von diesen Jungen haben ein Arbeitsmarkt, das heißt, haben eine Arbeitsplattform, die die besten Offen der Qualität anbelangt.